willkommen zurück beim terren konflikt ich habe mir die kommentare durchgelesen wilfried ouch keine zahlen sehr hilfreich danke muss man gucken wie es umsetzen kann ich bin in kos niederlage genau in der schiffswerft wollten wir hier was nein gut richtig dann wollte ich gucken in meiner fracht da komme ich jetzt nicht ran das muss ich hier machen info ach komm du weg du her habe ich satelliten bei da mache ich das nämlich zuerst fracht feuersturm torpedos erschütterungs impuls generatoren energieplasma werfer nichts gut dann würde ich sagen hole ich mir einfach ein satelliten so shift j ich möchte gerne nach hause trantor süd schwanke trieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung so erreiche system trantor erreiche system trantor kontrollzentrum so morgen der chef ist da und vorgang erfolgreich willkommen zu hause an bord verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt energiezellen transferiert wenn ich mir angucke was du geschrieben hast dass ich 1600 erz brauche 5000 hätte ich hier energiezellen habe ich 200.000 also an sich könnte ich eine ionpuls schnellfeuergeschütz schmiede versorgen was ich brauche ist dieses raster öl stimmt maja schnecken hatte ich hier also raster müsste ich selber aufbauen aber ich denke mal ich werde das ding irgendwo im split raum bauen so jetzt werde ich die jetzt wieder zurückgeben genau denn ich möchte gerne ein erwarte drei reichen so energiezellen transferiert ich habe drei satelliten bei und einer davon kommt genau jetzt nach turux bad shift j t turux bad sprungantrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 70 80 90 iniziere sprung iniziere sprung jawoll erreiche system turux bad soo mal gucken skiron 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 navigation und hierzu position turux bad gehen wir einmal die mitte und gehe ein bisschen nach unten autopilot aktiviert gut und während ich jetzt dahin fliege universum sender superfrachter klar 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 adrian du fliegst da rüber klar soo sektorhändler verkaufe 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 ich brauche nur einen sektorhändler stationshändler kauft feuerwasser split feuer achso das ist der frachter breiter grab stationshändler gunnes silizium orca stimmt der wartet jetzt wo wir die station aufbauen bergwerk grausamer vorstoß der hätte genug erz der ist aber weit weg ich überlege jetzt ob ich bei grausamer vorstoß schiffe wo ist denn hier split feuer hier split feuer die brennerei arkenfleisch und raumsprit ob ich dort einfach die impuls links gleich anschließe dann habe ich nämlich zumindestens den raumsprit vor ort ach quatsch ich brauche doch gar keinen raumsprit der raumsprit ist doch für die flammeschleudern schmiede gut thema erledigt ich und zahlen so mein raketeneinkäufer split feuer warum hängst du hier energiezellen moskitoraketen und insekten ach ja richtig da war ja was oh du hast keinen raumsprit raumsprit transferiert gut skiron fabrikstation trantop ok dann muss ich jetzt noch mal gucken lohmanns trucks lulu wo bist du ha da lohmanns trucks handeln immer noch null ha so energiezellen hat er genug raumsprit braucht er 216 stück und das erz da hast du gesagt braucht er 500 also er hat alle ressourcen er baut nur nicht oder er baut gerade da hast du ja gesagt alle drei stunden dreieinhalb stunden wird was fertig na gut ich bin an meinem ziel angekommen so das heißt skiron fracht erweiterter satellit ausgeworfen danke autopilot deaktiviert so jetzt haben wir Satelliten was hat denn der schade steht nicht was für ein schiff das ist ich fragte ihn mal 10% 20 30 40 50 60 70 80 90 initiiere sprung initiiere sprung so erreiche system fahrgut transport genau 74 meter die sekunde 11.000 superfrachter ja cool ein superfrachter die nehme ich mit der kommt mir entgegen ja jetzt könnte ich natürlich meine spring blossom gebrauchen weil das ding hier ist zwar schlagkräftig aber langsam so erschütterungs impuls generatoren zwölf kilometer na kommt schon mein freund gott mit der spring blossom wäre ich jetzt schon fertig aha jetzt geht's los jetzt beginnt ach so jetzt bin ich raketenreichweite eine eingehende nachricht ihre spring blossom ist angekommen ja ich kümmere mich gleich um dich ich will nur schnell den frachter abholen so sag mal schießt ihr jetzt auf den das ist meine beute guck mal ich schieße auf den und ich weiche aus leute lasst ihn heile ich will den haben ja ich helfe jedoch schon ich will das schiff haben ey wer ballert denn da auf den warum schießen die auf den der war doch harmlos das war mein frachter so hat er denn überhaupt was abgeworfen an fracht rolle die waldfee waffentransporter moskito rakete na die nehme ich mit so frachtraum enthält nun moskito rakete sehr gut und die anderen beiden nehme ich auch mit moskito rakete moskito rakete so und dann ist meine spring blossom angekommen gleich mal drum kümmern so frachtraum enthält nun moskito rakete also handeln genau du bekommst zwei plasma kanonen experimentelle version em plasma kanone installiert danke hier habe ich alles gut erweiterte option waffen hier bist du voll hier bist du voll kein laser verfügbar warum brauche ich noch mehr von den dingern wo soll ich die herkriegen vor allem ich kann nichts anderes tragen war experimentelle version prototyp ach wisst ihr was ich pfeife da drauf navigation ach stimmt du hattest ja keinen sprungantrieb da war ja was kommando kommando konsole navigation docker an da energieproduktionsbasis die nehme ich jawoll kommando akzeptiert und jetzt mein besitz c4 ihre tiger ihre tiger ihre c4 springe und fliege zu station aldrin so und fliege zu energiebasis haben wir gesagt die dort andock erlaubnis erteilt kommando akzeptiert danke gut split handelshafen so was brauche ich jetzt ich brauche jetzt einen sektor mit erz in den split gebieten die sektoren habe ich noch nicht gut hier hätte ich zum beispiel schon mal energie vorrätig das wäre eine idee photon impuls kanonenschmiede mittlere schilde und eine kristallfabrik vor ort und ein handelshafen so war sie auch eine idee ok kann ich scannen sciron eingehende nachricht eingehende nachricht spring blossom äh achso schließen ihr sektorhändler adrian 8 handel ach stimmt du warst das du wolltest hier an richtig du warst level 10 und wolltest kein sektorhändler mehr sein aufgerüstet bist du alles klar Laderaumerweiterung und du hast der hat doch immer noch Sonnenblumen an Bord ach ist mir jetzt egal ist mir jetzt egal au du hast rasteröl ja aber auch nicht viel gut ich würde einfach sagen Kommando Kommandokonsole Navigation springe in Sektor achso du hast ja gar keine Energiezellen dann kauf dir mal schnell Energiezellen Ressourcen werden nicht verkauft ernsthaft Kommando Kommandokonsole Navigation docker an wo bist du gerade ach komm hier Andockerlaubnis erteilt Kommando akzeptiert so und ich werde jetzt dort andocken und sobald mein C4 wieder zurück ist wird der mir einen schönen Erzplaneten suchen im Split Sektor und dort baue ich dann meine Fabrik auf ja na hoffentlich klappt das gut und ich werde mich jetzt hier andocken vielleicht mache ich sogar den Kampfauftrag mal gucken aber ich weiß nicht mehr ob ich mit dem Ding hier wirklich eine Characke anlegen will und deshalb sage ich erstmal danke fürs Zuschauen macht's gut bis zum nächsten Mal genieß den Tag und see you later Andock Vorgang erfolgreich Heil der Familie Ronka Die Split Dynastie wird durch ihre Anwesenheit an Bord geehrt Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt Achtung Sicherheitsdienst wir haben einen 5, 3, 8 im Technikraum auf Ebene 1 Sektion 4 Ich war's nicht